Hey und willkommen zu einer neuen Folge Minecraftscape und ja erstmal großes Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt und für die, oh ich hab mir das genau noch nicht geändert, egal, für die letzte Bewertung, das erste Video hatte oder hat 215 Likes bekommen, finde ich mega mega krass, also hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gut ankommt, die erste Folge und ja, wir haben jetzt Freitag, das heißt, wenn morgen eine Escape-Folge kommt, gibt es einen neuen Spieler, ich werde mir einen aussuchen, der am meisten in den Kommentaren gewählt wurde, also ihr könnt jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, ja tu mal den rein, tu mal den rein und ich werde dann alles zusammenrechnen und irgendwann werde ich mir dann einen aussuchen und ja, viele haben in die Kommentare geschrieben, Kalex, Dankeschön, dass du das Projekt neu machst, ich möchte unbedingt rein, also viele Zuschauer möchten erstmal das Projekt rein, kann ich auch verstehen, ich meine, das Projekt ist an sich sehr, sehr cool und ja, deshalb werde ich auch bald, was war das denn, keine Ahnung, deshalb werde ich, ähm, ja, bald ein paar Shepieler reintun, nein, ich werde auf jeden Fall ein paar Spieler reintun, ähm, erstmal kommen halt, ähm, die, ja, wie kann man das am besten nennen, ja, die YouTuber rein, die auch aufnehmen und so, wenn wir ganz, ganz viele YouTuber drin haben, sozusagen, keine Ahnung, fünf, zehn YouTuber, dann möchte ich halt Zuschauer reintun, damit das einfach mal ein bisschen mehr Spaß macht und ja, deshalb habe ich halt mir das so vorgestellt, deshalb, ähm, die Zuschauer kommen ein bisschen später rein, aber es wird auf jeden Fall noch ein, mal oder mehr, mehrmals Zeit Zuschauer reinkommen, also macht euch da keine Gedanken, weil viele fragen immer so, komme ich noch rein oder so, deshalb, ja, ihr kommt noch 100% rein und ja, ich habe sehr, sehr viele Themen sogar noch anzusprechen, also ich freue mich gerade irgendwie schon, so wieder die Themen anzusprechen, die ich mir seit paar Tagen vornehme und ja, oh, wir haben richtig viel Eisen hier gerade, fällt mir gerade auf, ich dachte irgendwie so vielleicht zwei, drei Eisen, aber irgendwie haben wir jetzt wie viel, ich glaube mindestens zwölf, ich weiß es nicht, wie viel, 14, noch 14 Eisenerze, ist für den Anfang ziemlich gut, vielleicht machen wir noch heute Full Iron, wäre ziemlich cool und, ähm, okay, so, ähm, gut, mir fällt gerade auf, ich habe keinen Ton wieder, sorry, wieder F3 und S, Okay, jetzt gibt es Ton, boah, das ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, so, okay, ich mache mal ein bisschen Ton lauter, okay, so ist es besser, wir haben jetzt nur noch drei gebratenes Hammelfleisch, da mache ich mir keine Sorgen jetzt, vielleicht machen wir uns noch am besten, ähm, haben wir ja, okay, wir haben noch Holz, machen wir erstmal eine Werkbank und dann Cobblestone, direkt erstmal Eisen, ähm, hier, braten und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eisen so, machen wir mal den hier, okay zack, zack und ab geht's, perfekt, dann haben wir schon mal Eisen jetzt baue ich mich mal noch ein bisschen weiter runter, dann können wir vielleicht sogar Dias finden heute, keine Ahnung, wäre ziemlich cool und ja, wie gesagt, ich habe ähm, viele Vorschläge bekommen, benutzen wir wieder Reef Resource Pack, das heißt, wir haben Zeugs benutzt und viele haben gesagt, das ist richtig geil ich werde, oder ich muss noch dazu sagen, dass ich das ähm, Reef Resource Pack, also das hier habe ich selber ein bisschen bearbeitet, also ich habe z.B. ein paar Specs Texturen reingetan, weil ich es irgendwie viel besser finde so und ich werde das nochmal ein bisschen weiter verändern, ich werde halt nochmal vom neuen Specs Texture Pack also ist ja nochmal erweitert worden, für die 1.8, werde ich nochmal da ein paar Sachen reintun und wenn ich Glück hab ähm, werde ich sogar, was heißt, wenn ich Glück hab, also ich werde, ähm, ich habe halt heute Abend, äh, gestern Abend ähm, habe ich mal so auf Twitter vorbeigeguckt und ich habe dann einen ähm, Abonnenten ähm, der heißt Konstzock, glaube ich heißt der, der hat, ähm, mir ein extra Texture Pack für das Projekt erstellt, das ich ziemlich cool finde, also es ist echt mega nice dass man sich Zeit dafür nimmt ähm, er hat mir halt so ein Resource Pack dafür gemacht und ich wollte das heute eigentlich benutzen, aber mir ist irgendwie aufgefallen, dass, das irgendwie nicht funktioniert also es ist irgendwie, glaube ich, für die 1.7 gemacht worden die, ähm, die Erdtexturen wagen irgendwie ein bisschen rum, deshalb kann ich das leider nicht benutzen, aber ich werde nochmal heute bisschen, äh, immer fragen was man da noch machen kann, weil so kann man das nicht benutzen deshalb, ja, benutze ich, äh, benutze ich, äh, das Texture Pack halt nicht die Folge, aber dafür die nächste, denke ich mal und perfekt, wir haben hier schon mal einen Eisenbrustpanzer, Eisenschwert und Eisenspitzhack, das ist schon mal richtig gut und ja, ich freue mich einfach morgen einen YouTuber auszuwählen das wird echt mega lustig, ähm viele werden sich zwar beschweren, ey, warum kommt der nicht rein, warum kommt der nicht rein, aber ihr müsst einfach ein bisschen Geduld haben, irgendwann kommt der YouTuber rein, den ihr auch mal vorgeschlagen habt weil wir werden, ich möchte einfach versuchen das Projekt mal wirklich richtig lange fortzuführen oder, ja fortzusetzen, weil die meisten Projekte, die ich irgendwie mache, sind oder gehen meistens, keine Ahnung 10, 20 Folgen und ich möchte einmal mal so richtig viele Folgen machen, klar denkt man sich jetzt so, hm, das ist aber Dings, äh, Vanille, da kann man nicht so viel machen, einzig kann man da schon viel machen, man kann ja richtig vieles bauen, ne man muss einfach nur Ideen haben und ich werde das auf jeden Fall versuchen, irgendwo höre ich jetzt Zombies aber, woher kommen die ganzen Geräusche eigentlich her? das ist sehr, sehr nah also die Geräusche kommen von, oh ha, gefunden, haha okay der Scheiß, oh Mist ich habe schon gerade mega dunkel ich muss ganz kurz, äh okay so wo ist denn hier unser Zombie? so, und was ich sogar noch ansprechen könnte so, und erstmal den hier töten komm, brau dich schneller ab ach, weißt du was, ganz kurz den hier ja, okay, das war natürlich nicht so schlau egal und perfekt die haben eine Höhle gefunden, glaube ich ist das eine Höhle? ja, eine Höhle ich sage jetzt einfach mal Höhle so, Fackel nochmal perfekt gut, jetzt haben wir sogar Fackel für die Folge wenn wir jetzt noch ein bisschen Eisen finden wäre das schon richtig gut, aber hier ist gar nichts ne, hier ist gar nichts oh doch, hier ist Eisen, geil ich sage jetzt aber gar nichts und das ist auf einmal Eisen ähm ja, was ich ansprechen würde erstmal ich hab oder viele haben in die Kommentare geschrieben ey Kadex was ist das für ein Haken hinter deinem Namen? ähm das ist der Verifizierungshaken nennt man den ich werde euch nicht sagen was das ist was was ich das für Vorteile habe oder wie ich den bekommen habe ich sage einfach nur, dass ich den habe weil viele danach gefragt haben aber wie gesagt ich werde nicht sagen wie ich den bekommen habe oder ob ich dadurch Vorteile habe oder irgendwas war halt jetzt nur aus Neugierde weil viele gefragt haben was ist das so, wie ist das ähm ne, deshalb damit ihr schon mal Bescheid wisst äh okay hier ist anscheinend nichts war ein bisschen unnötig dass wir jetzt da hingegangen sind aber egal so, was ich jetzt noch machen kann wäre natürlich dass ich jetzt wieder nach oben gehe und die Eisenerze wieder schmelzen lasse so okay wo ist denn eigentlich hier der Eisenerz perfekt zack Eisenerz und Eisenerz perfekt okay, geil so ähm gut okay ich bin gerade schon glücklich dass wir erstmal Eisen haben was ich jetzt noch kurz machen kann zack 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 komm noch ein perfekt jetzt können wir sogar einen Helm machen und geil wir haben jetzt schon mal zwei Eisenteile das freut mich gerade schon dass wir so weit kommen die Folge okay jetzt noch ein okay jetzt können wir sogar noch äh noch Schuhe machen perfekt ey wenn wir heute noch irgendwie full Iron kriegen das wäre schon ziemlich nice ich kann am besten mal ganz kurz runter ich brauche noch äh okay und für die Leute die ich jetzt irgendwie fragen kommt eigentlich noch PvP PvP wird auch noch kommen also macht euch da keine Sorgen ich finde das Projekt an sich ist jetzt gerade langweilig weil ich bin alleine ich baue hier gerade also ich baue hier nicht aber ich suche halt Rohstoffe dies das an sich ziemlich langweilig bis jetzt ne aber wenn wir erstmal ein paar Spieler wieder bekommen haben also wenn jetzt ähm die Tage ähm paar YouTube Kollegen reinkommen dann wird das Projekt richtig ballern das kann ich euch schon mal sagen ähm versprechen werde ich jetzt versprechen werde ich es jetzt nicht weil vielen also keine Ahnung kann ja sein dass jetzt einigen nicht gefallen wird aber es wird auf jeden Fall ziemlich cool und ich freue mich auf jeden Fall übel und ok ich werde gerade auf Snapchat und Instagram angeschrieben by the way ihr könnt mir auch auf Instagram und Snapchat folgen könnt euch ja denken wie ich da heiße bei Kadex einfach nur ähm ok wir sind in Höhe 13 ok 13 gut oh Redstone direkt ich muss jetzt aufpassen dass hier irgendwie keine Lava ist oder so aber Redstone schon mal für die zweite Folge Redstone direkt ist schon ziemlich krass ne ich gehe auf jeden Fall richtig schnell ran richtig schnell ran egal so oh ich dachte schon das wäre ein Dias ok das wäre aber zu viel finde ich jetzt für die zweite Folge wenn ich direkt Dias finden würde das wäre krass aber ne gut ähm hier nochmal ein bisschen bauen und dann ja werde ich jetzt die Folge jetzt die Folge bis zum Vielen Dank.